Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Maker und wie angekündigt, heute mache ich mal wieder ein bisschen Fass für mich und zwar die 100 Mario Herausforderung auf leicht. So, das kann ja nicht so schwer sein. Oh, warte mal. Bewältige mit 100 Marios 8 Level von Baumeistern aus aller Welt. Die Level sind bei jedem Versuch anders. Krass. So, dann lege ich mal los. Wieder eine kleine Story oder sowas? Wird wieder Peach jetzt ganz dumm entführt? Ja, Prinzessin Peach hat sich schon wieder von Goombas entfüllen lassen. Das ist die 8-Bit Peach, ja. Also, ne? So, Hilfe, Mann! Ich hoffe, die Level sind doch wirklich leicht. Ja. Und nicht irgendwie, äh... Kann man das überhaupt angeben, ob ein Level schwer ist oder leicht? Oh, okay. 2-1. Ja, weil wir haben ja die 10 Mario Challenge ist ja quasi 1. 1-1, jetzt sind wir hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn hier los, Mann? So, soll ich das Ding hier mitnehmen? Oder wofür war das da? Nein, der Pilz! Her damit, Mann! Oh! Das ist ja so fies! Unsichtbare Blöcke! Mag doch keiner! Okay. Keine Abkürzung noch? Wow! Yes! Geil! Jetzt bin ich der Coolste von allen! So, komm mal her, du orler Pilz. Und mach mal hier ein bisschen Paschontik. Oh yeah! So, soll ich fliegen, oder? So, ich werde auch gleich fliegen, wartet mal. So. Oh, das ist ja schon das Ziel. Okay, 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 hups! Yeah! Keine Ahnung, was da unten jetzt noch drin gewesen wäre. Aber ich hab's geschafft! So. Wow! Ähm, ja, ich hab jetzt schon den Sound nachgemacht, weil ich den noch von Super Mario World könne. Der danach immer kam, wenn der Bildschirm schrumpft. So, kriegt einfach noch einen Stern. Und weiter geht's. Zack! Cool, Mann! Hm, hm, hm. Ah ja, vielleicht sind, heißt das, das leichte Level, ähm, dass die einfach nur kurz sind. Dass du die Schwierigkeitsgrad, die Schwierigkeitsgrad durch die Länge definierst. Oh, von Flane! Oh Gott! Oh, mit dem Amiibo! Cool! Mit dem, mit dem Mario Amiibo, mit aus der... Moment mal, mit der richten Farbe? Und aus Deutschland? Den gibt's doch noch gar nicht! Wo habt ihr den her? Egal! Das sieht ja aus wie ein echtes Level. So von der Machart auch und so. So, okay, wow! Alles klar, ich hab's drauf. Okay, man scheint, äh... Nee, ist doch relativ lang eigentlich. Muss aber trotzdem... Oh Gott, das wird ein Remake hier sein. Das kommt mir halt so ein bisschen bekannt vor. Und einfach... Einfach unter Wasser. Yes! Yes! Und Erfolg mit N64, Mucke! Das ist ja geil. So. Cooles Level! So, oh nein, ein Stern hier. Zack! Ja, und dann wird ja... Das mit den schwierigen... Mit den normalen Leveln wird dann bestimmt 3. Also Welt 3 quasi sein. Das ist quasi Welt 2. Und machen da die 8 Level. Und ich hab nämlich einmal verloren. So, okay, von... Von Nullen und Einsen. Oh, warte, mit Zeit? Oh, warte mal. Ach so, Alter, es ist bestimmt so ein... Im Volkratz haben wir bestimmt so ein Nicht-Bewegen-Level. Und ich hab mich einmal bewegt und deswegen bin ich tot. Okay, warte. So. Es ist bestimmt Nicht-Bewegen. Mal gucken. Ich werd jetzt gleich von alleine bewegt. Ups. Ja, okay, gut. Oh Gott. Ja, okay, ich mach nix. Oh, okay, ja, okay. Wee! Also, das muss auch Spaß machen, so was auszuprobieren, wie so was klappt. Und der Schein schien sein erster Level dieser Art zu sein. Yes, wieder einen neuen Mario dazu. Cool. Aber auch lustiges Feature. Die Level sind immer anders. Richtig cool. So, zack. Not fun. Just sitting it in one spot. Not fun. Wie fandest du das Level? Not fun. Okay. Not your average day. Okay, kein gewöhnlicher Tag in Seeland. Oh Gott. Ah, düp-düp-düp-dü. Ich kau ab. Alter, was sind die dicken Fische hier? Anscheinend... Okay, gut. Okay, alles klar. Was war das denn für ein Level? Einfach nur durchgeflogen. Das tat mir leid. Ey, das wär lustig, wenn ich mein eigenes Level zocken müsste. Alter, ach du Scheiß. Was wär denn, wenn... Man schaltet da noch den Schwierigkeitsgrad schwer frei. Ja? Alter, was ist denn, wenn da automatisch mein Level drin kommt? Das wär richtig scheiße. Alter, der ist ja... Der verlierst ja nur noch. Naja, okay, gut. Oder halt andere, so einen brutalen Level. So, One-Up Mayhem. Warte, heißt das, ich krieg ganz viel Leben? Der wirft bestimmt mit One-Ups. Nee, doch nicht. Okay, das hätt' ja sein können, aber ich hab' nicht gern. So, ich will die Typen... Ich will die Typen abballern. Aber das kann ich mir schenken. Oh Gott. Ah! Hilfe! Ah! Bist du ein Fehler hier? Boah! Oh, es bin natürlich reingegangen. Alter! Boah! Alter, mein Eyewa, das ist gut! Sau viele Leben. Aber man kann aber bloß... Okay, das sehe ich auch jetzt erst. Man kann bloß drei Leben dazubekommen pro Level. Man kann echt bloß... Ja. Aber gut, okay. So, das Herrscher wird echt mit 100 Marios. Geil! So, und bei dem normalen... Wie viele, wenn man das nochmal... Zwölf oder... Alter, Bowser! Aus Amerika! Alter, ein amerikanischer Bowser! Das soll auch leicht sein. Na, wir gucken einfach mal. Warum fehlt eine Ecke? Hups! Flup! Ach du meine Güte! Was zur Hölle, Mann? Oh, oh. Ah! Äh, hab gewonnen. Was zur Hölle? Das war irgendwie gerade ein bisschen komisch, aber okay. Ich gebe ihm einfach auch einen Stern. Er hat es verdient. Er hat dafür ein paar Minuten seines Lebens investiert. Danke, Bowser! The most fun course ever! Der lustigste Kurs von allen. Hm. Wo er recht hat. Noch zwei Level, Leute. Und dann ist Peach wieder unser. Das kann ich nicht lesen. Tut mir leid. Oh nein, ein Japaner, der ein leichtes Level macht. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Oh Gott. Oh, nein. Na komm, schnell. Nein. Nein! Warum? Wie der Stern vor mir abgehauen ist. Alter, wie übel. Mist. Aber okay. Das sieht auch wieder aus wie ein Level von, was wir eben gerade schon hatten. Dass ich hier einfach nur durchwaschen muss. Und am Ende kriege ich jetzt auch viel Leben. So, okay. Jetzt reicht es hier mal. Was war's? Nium. Was? Alter. Wow! Alter, die werfen mit so einem dicken Typen? Boah! Alter, das war ja over crazy. Geil. So. Okay. Jetzt sind wir schon beim letzten Level, oder? Zack. So. Gut. Ich frage mich, ob man hierdurch sich noch andere... Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Noch andere Amiibo-Pilze freispielen kann. Weil es gibt ja nicht nur die Amiibos, sondern auch... Oh Gott. Der zweite Kampf. Hä? Es gibt ja nicht nur Amiibos, sondern auch andere Dinge. Ich habe schon irgendwelche gesehen von Big Brain Academy und so weit. Alle. Das ist ganz komisch. So. Oh Gott. Stirbt, Mann! Stirbt, Mann! So, einer ist down. Das war's. Das war das Second Battle? Das ist wirklich das Second Battle. Yeah! Habe ich voll Glück gehabt. Tada! Das ist ja cool, wenn Bowser nicht in die Lava gefallen hat. Weil er hat die Lava zugemauert. Bleibt Bowser einfach da stehen. Level beendet. Yeah, Leute! Einfach so. Das Second Battle. Gut gemacht, Nick. Da-da-ing! Und jetzt... Haben wir... ...es geschafft. Oh, und weil wir ein HD-Level beendet haben, ist er doch hier. Mario-Pazin-Speech wurde in eine andere Festung gebracht. Nicht dein Ernst. Aber okay. Boxen wir ihn. Dup, 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 dup. Level-Design. Ah, ist ja geil mit Credits. Cool. Das gefällt mir aber auch. Ach, Mann, ey. Wie schön. Fortsetzung folgt. Ja, und zwar beim... ...Normal-Mode. Ne? Neu. Yoshi's Wolly World. Grüner Woll-Yoshi. Alter, eine neue Figur für den... Genau das habe ich gerade gemeint. Eine neue Figur für den Fragezeichen-Pilz ist jetzt verfügbar. Alter. Okay, Yoshi's... Ja, grüner Woll-Yoshi. Ach, man kann hier... Ah, man kann sogar die Amiibos, die es wirklich zu kaufen gibt, hier freispielen. Das ist ja cool. Okay. So, das habe ich jetzt einmal geschafft. Ähm. Warte, was steht da? Achso, ich bin ja beim Neuspiel. So, anscheinend kriege ich jetzt immer wieder was Neues dazu. Aber jetzt will ich noch einmal Normal schaffen. Okay, das sind 16 Level. Normal. Ja, was heißt denn das jetzt? Was ist denn heutzutage normal? Dann soll ich jetzt einfach... Dann, äh... Ich soll jetzt einfach probieren. Kriege ich dann auch wieder weg? Oh, kriege ich hier mal zwei Sim-Dinger? Aber ich würde gerne mir mal eine Liste angucken. Ah, das ist bestimmt im Baum-Modus. Wenn ich so ein... Also, diese Fragezeichen-Pilze habe da gesehen, der war ja 8-Bit. Und das geht auch nur im 8-Bit-Design. So, let's go. Sind wir jetzt 3-1? Ähm... Okay, von Chris. Cape Twile. 100 Marios. Ready. Set. Go. Okay. Erstmal hier. Cape Flyin. Äh... Okay, alles klar. Das ist ja also... Alter, voll übel. Okay, na gut. Dann muss ich aber... Ach, du meinst, mach doch erstmal Flappy Bird oder was. Oh mein Gott. Mit erster Delvis schon. Ist normal. So. Okay. Oh Gott. Ach, Mist ey. Jetzt komme ich wieder hoch. Ich will hier raus. Oh nein, er kommt. Er wird mich töten. Und down. Ach man. Das ist mies. Töte mich. Komm. Okay. Das erste Level, Mann. Verdammt. Okay. Aber ich will... Ich will halt den schwierig... Den schwierigen Mode haben. Oh Gott, das war auch wieder... Wohl. Na, das war wieder richtig schlecht. Mann. Okay, dann Neustart. Ja, okay. Dadurch verliere ich einen Mario. Ist okay. Geht aber schneller. Neustart heißt... Tod den Marios. Alter, 97. Wenn dir ein Level zu schwierig ist, führe den Touchscreen über den Touchscreen, um stattdessen einen anderen zu spielen. Alternativ kannst du in diesem Fall auch Minus gedrückt halten. Oh. Das ist aber nett. Ach, seht ihr, Leute. Nintendo, wenn ihr das Frust aufkommt. Achso. Okay. Okay. Ja, okay. Und wow. Alles schön gleich hoch. Das ist gut. Nein, oh Mann. Wo ist denn hier das andere Level? Neustart. Komm. Ach, Mist, ey. Ich will das aber... Mann. Das ist doch eigentlich okay, das Level. Und ich trau mich immer nicht, ich weiß nicht, wie hoch ich fliegen kann. So. Und stopp. So, jetzt bring ich hier halt eine schöne Höhe. Hier hab ich doch jetzt eine schöne Höhe erwischt. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. 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 Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. So. Okay, Mann. Alles okay. Das schaffe ich. Du-du-du-du-du. Alter. Voll das weite Level, ey. Aber okay. Hat ja nur vier Leben gedauert. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oder muss man irgendwo, wenn man ein Level hochlädt, irgendwie irgendwo ein Häkchen machen? Von wegen, ja, für die Herausforderung ready machen oder so? Weiß ich auch noch nicht. So. Cooles Level, Mann. Man muss bloß einen richtigen Höhepunkt finden. Catch-Wile. So. Nächstes Level. Ich denke mal, bis zum nächsten Paar werde ich hier noch mit verbringen. Und dann werde ich das immer, wenn ich so Bock habe, Amiibo-Dinger frei zu spielen, werde ich das immer für mich off-screen machen. Oh, eine Mutti aus Kanada. Die ist ja bestimmt nett. So. Oh Gott, ich muss übereilen. Was? Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich bin verhundbar. Du-du-du-du-du-du. Ach so, die werfen hier... Okay, Alter. Und die! Föder! Yes. Ernst, komische Sounds. Oh, wir sind der Glitzer-Mario. So. Mit einem K. Oh, da kriegen wir ja schön neue Marius dazu. Hab bald wieder 100. Ja, so kann das auch gehen. Oh, ein Stern für die Mutti. Geisterhaus 1. Da waren... Also, Geister war da das wenigste drin. Aber okay. Ja, Peach, ja komm, ja, ist ja gut. So. Oh, oh. Short Random Level 2. Oh, mein Gott. Oh. Oh, mein Gott, ich bin Pac-Man. So, what, what, what? Oh, mein Gott, ich hab Pac-Man verloren. Und ich bin tot. Ich will doch nicht Pac-Man sein. Okay. Ach schön, dass der Pilz einen halt einmal groß macht. Quasi, dass er als darf für zählt. Ich will verhindern, dass die mich weiter hier mit so einem Zeug zuballern. So, stirb. Stirb. Oh, noch ein Stern. Komm her, komm her, komm her. Oh, es wird Kling. Ja. Zack. Du, 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 du. Zack. Geschafft. Du, 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 du. Badabadam. Mmh. Du, 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 du. Einfach nur geil. Ah, richtig schön wie im Original. Und wir haben wieder 100 Marius zusammen. Ist das nicht dufte? Also, ich finde das schon richtig dufte. So. So. Short Random Level 2. Die Namen, ey. Cool, Wein. Ich mach weiter. Ich mach weiter. Ich frag mich, ob... Ich frag mich, ob mein Level schon mal in so was vorbekommen ist. Oder eins meiner Level. Okay, wieder was Japanisches. Ich kann's nicht in Ziphan. Oh mein Gott. Oh, es sieht aber ganz human aus. Es ist normal. Ein normales Level. Außer natürlich erlebt mein blaues Wunder. Ein Pils. Da, da, da. Okay. Du kommst mit. Und ich smash ihn da runter. Ganz doll munter. Und das war so, dass du gewollt. Ist das toll. Düppi, 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 Oh mein Gott, wann soll denn das denn jetzt, äh? Oh, oh no. Ich hab's geschafft. Ich bin so gut. Watz, watz, watz. Nur manchmal fehlt mir der Mut. Dum, bum. Hm, hm. Das war so klar. Genau, wenn ich da lang will. Okay, und gib mir den Panzer. Oh, bling, bling. Gib mir leider nur ein Leben. Dum, ba, dum, bum. Oh mein Gott, die Gumbas. Wo sind denn die Gumbas, wenn man sie mal braucht? Du, die, du. Hier gibt's bestimmt nur einen Pilz. Nee, leider nur Geld. Hoi. Du, die, du. So. Okay, und so. 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 Geschafft. Man, sind wir dünn. Yeah. Ach, ist das. Schön. Und wieder 100 Mario. See ya. Aber ich hoffe, bei Laich kriegt man vielleicht nur ein Amiibo. Aber ich hoffe, man kriegt hier ein Zwei. Und wichtig ist, dass ich mir schwierig freischalten möchte. Und dann will ich mir da jetzt kurz mal angucken. Aber das glaube ich, das mach ich dann erstmal nicht. Weil es sind dann bestimmt auch wieder... Na ja, könnt ihr mir vorstellen, dass es wieder verdoppelt ist. Dass man 32 Level schaffen muss. 32 Level fahren. Ja. So. Oh! Wie heißt das Level? One Up Fun. Okay, also erstmal springen. Ah, okay, oder einfach nach links laufen. Alter, wie viele da einfach gestorben sind. Okay, ich lauf jetzt mal ganz schön nach links. Nach links, 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 nach links. So, okay. So, One Up Fun, ja. Alter, voll geil Ganz komisch Ach, ist das cool Yeah So Okay, wieder einmal geschafft Das geht doch ratzefatz So, diesmal kann der Part doch wieder zu einer humanen Zeit beendet werden Ist auch mal wieder was Schönes, ne Cool gemacht, Dorden Next Level So Türen nach überall Oh mein Gott Das macht mir irgendwie ganz schön Sorgen Watz, watz Da ist ein Hammerbrow Na klar, nicht erwischt natürlich So Geh ich einfach mal win Wollt ihr mich denn Natzenmann Joa Einfach viel Wie viele da gestorben sind Weil die alle wieder durch die Tür gegangen sind Okay Eris Eris ist tricky Die Die werden verarscht Und der Hammerbrow Oh, schnell rein Das ist einfach schnell sein Ja, und doof sein Okay So Dich nehme ich mit Du Panzermann Äh Dum dum So Und schnell mal hier rein Oh mein Gott Ich er ernst, oder? Tschüss Damit hat sie nicht gerechnet Und damit habe ich nicht gerechnet Ah, da ich das jetzt weiß Mach ich es mir jetzt leichter Badabam Yeah Alles klar Hammerbrow erwirft Und ich geh einfach In die Tür Weil ich bin so fies Und lass mich schon wieder verarschen Immer verarschen Von einem Hammer Das ist ja voll gemein So So, okay Also da kann ich rauf Da muss ich nur aufpassen Bis Genau, bis der Feuerstrahler weg ist Zack Und schon bin ich da Und bin so cool Jetzt muss ich trotzdem nur mal aufpassen Oh Gott Ob ich mich aufpassen muss Oh Mann, oh Mann So, komm So, zack Safe Nicht safe Gar nicht safe Oh Mann Doch, da wäre ich safe gewesen Ach, ist doch nicht dein Ernst, Mann Ist doch nicht wahr Was? Doch nicht safe Ich hätte es beinahe geschafft Doch, doch, doch Aber okay, Leute Ich würde sagen Das war es erstmal für heute Ich kann ja stopp machen So Beim nächsten Part machen wir ja weiter Machen noch den normalen Modus durch Und dann schauen wir mal Wie es weitergeht Vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss, Mann